Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zum SG Index Checker Mittag, präsentiert von der Société Générale. Mein Name ist Bastian Galuschkan. Wir wollen uns heute den Kakaronde aus Frankreich aus technischer Sicht etwas näher ansehen. Ich glaube, den Index hatten wir jetzt längere Zeit nicht besprochen. Er zeigt aber weiterhin sehr, sehr gute Muster. Er ist ja tendenziell auch stärker unterwegs als der Deutsche Leitindex DAX. Was wir hier sehen, ist eine klassische dreiteilige Konsolidierungsbewegung ausgehend vom Hoch am 19.11. Erst eine Abwärtsstrecke, dann eine Erholung und eine zweite Abwärtsstrecke. Diese zweite Abwärtsstrecke hat sowohl den mittelfristigen Aufwärtstrend nahezu erreicht, als auch das Ausbruchsniveau von Ende Oktober. Und somit handelt es sich hier um einen klassischen Rücklauf, um einen klassischen Pullback. Die Unterstützungen bei 5,696 und 5,673 haben gehalten. Man sah gestern schon eine ausgeprägte Gegenreaktion und diese setzt sich heute fort. Wir treffen natürlich jetzt mit dem Zwischentief vom 21.11. bei 5,834 Punkten auf einen ersten Widerstand. Sollten wir diesen überschreiten, erhöhen sich die Chancen, wieder neue Hochs zu sehen, vielleicht sogar dann noch in diesem Jahr. Wenn wir die Retracements anlegen über die Abwärtsstrecke, sehen wir, dass bei 5,833 die Hälfte dieser Abwärtsstrecke korrigiert wäre. 5,832, wenn ich es jetzt richtig angelegt habe. Und bei 5,864 liegt das 61,8 der Retracement über diese Abwärtsbewegung. Das sind wiederum zusätzliche Widerstände. Also 5,832, 5,834 ist hier ein Doppelwiderstand und dann noch in Anführungszeichen ein unsichtbarer Widerstand, nur mithilfe der Fibus herausarbeitbar bei 5,864. Alles was dann darüber rausgeht, werte ich eher als V-Erholung und es könnte sich ein Muster wiederholen, das wir bereits im Herbst gesehen haben, hier im September und Oktober. Ich markiere Ihnen das mal farblich. Ich denke, da sehen Sie auf was ich hinaus möchte. Der Unterschied war hier, dass es nochmal eine überschießende Korrekturwelle gab im Karkarond und hier wir, naja, ging es vielleicht sogar ein paar Pünktchen drüber. Schauen wir es uns mal an. 5,948, 5,947, also das war im Prinzip eine Punktlandung hier im Hoch. Es ging nicht leicht drüber und wir sind dann nach unten abgeprallt. Der ein oder andere wird hier vielleicht auch ein kleines Doppeltop sehen. Das kann man durchaus so bewerten, spielt aber im Endeffekt jetzt auch keine Rolle mehr, da das Potenzial aus diesem Doppeltop, wie Sie hier sehen, wunderbar abgearbeitet worden ist. Also wer sich da jetzt noch mehr zur Unterseite erhofft, aus diesem Doppeltop ist alles erreicht. Bei 5,727 lag das Ziel, dass es erstmal schon wieder Geschichte beziehungsweise das Potenzial zur Unterseite abgearbeitet. Also es kommt jetzt kurzfristig darauf an, das Momentum aufrecht zu erhalten aus Sicht der Käufer, um den Index dann wieder in Richtung der Hochschutz zu schieben. Wer shorten möchte, sollte sich im Bereich der herausgearbeiteten Widerstände mal auf die Lauer legen und auf Umkehrkerzen achten. Der sinnvolle Shortstop liegt meiner Ansicht nach aber erst über 5,947. Schauen wir es uns im Stundenchart an. Die Marken sind hier logischerweise identisch. Man sieht hier nochmal diese dreiteilige Struktur abwärts. Es ist gewisse Dynamik zur Oberseite da, deswegen werte ich das eher impulsiv. Impulsiv heißt nach Elliot-Wellentheorie kann hier durchaus bereits eine Welle 1 laufen. Vielleicht endet die dann auch in Kürze, also noch ein paar Hoos und dann Ende der Welle 1. Das Interessante wird dann der nächste Rücklauf und hier in diesem Punkt, das wissen sehr, wenn Sie die Videos regelmäßig schauen, im Zuge des Rücklaufs wird sich dann entscheiden, wie es weitergeht. Bleibt der Index hier stecken und fällt direkt auf neue Tiefs oder markiert er hier ein höheres Tief und können wir danach weiter dynamisch zulegen. Kurzfristig schauen die Muster noch nicht fertig aus, also es könnten noch ein paar Hoos kommen. Vielleicht sogar, dass wir das 61,8 hier noch idealtypisch antesten mit der Welle 1. Das wären dann 5,865 wie hier eingezeichnet und dann der Rücksetzer. Heißt für Sie Trading technisch auf der Long-Seite sich darauf einstellen, dass die Luft kurzfristig langsam schon wieder etwas dünner wird. Es sei denn, es kommt jetzt diese berühmt-berüchtigte V-Bewegung, dann gibt es gar keine Rückläufe mehr. Stopp müsste für Long-Positionen unter dem Tief bei 5,697 liegen. Ein kleiner Hinweis, dass die Welle 1 vorbei ist, wäre gegeben, wenn wir das Zwischentief bei 5,784 unterscheiden. Das ist jetzt eher ein Hinweis für die ganz kurzfristig Orientierten. Ansonsten kann man Rückläufe nach Ende der ersten Aufwärtsstrecke versuchen aufzufangen. Dazu benötigen wir erstmal das Ende, um dann auch mit den Retracements arbeiten zu können. Auf der Oberseite 5,834,5,865 Widerstände. Sollten Sie sich hier Umkehrkerzen im heutigen Handel ausbilden, kann man auch kurzfristig die Schwarzseite spielen. Also, im übergeordneten Zeitfenster gefällt mir der Kakaron weiterhin hervorragend. Der Rücksetzer war absolut gesund, verlief auch aus technischer Sicht einwandfrei. Wenn es also jetzt mit Blick aufs Jahresende noch Entwicklungen geben sollte, dann sollte der Index möglichst dynamisch jetzt nochmal in Richtung der Hochs laufen. Das wäre aus diesem Kursgeschehen bislang durchaus ableitbar. Wenn Sie etwas handeln möchten auf dem französischen Leitindex, habe ich Ihnen wie immer zwei Derivate mitgebracht. Mit der WKN SR3VFT, ein Turboendlos Call. Basispreis gleich Knockout-Schwelle bei 5.227 Punkten, knapp der Hebel bei 9,6 und die Short-Variante. Mit der WKN SR3YSN, ein Turboendlos Put. Basispreis gleich Knockout-Schwelle bei 6.418 Punkten, der Hebel bei 9,7. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle wie immer viel Erfolg. Würde mich sehr freuen, wenn Sie dann morgen nochmal einschalten zum nächsten und abschließenden SG Index-Check am Mittag für diese Woche. Wahrscheinlich wird sich dann alles wieder um den DAX drehen. Aber Kakaron haben wir heute gesehen. Interessante Alternative. Schauen Sie sich das mal an. Machen Sie es gut. Bis morgen. Tschüss.